Musik Mit den Volta-Modellen 45, 55 und 65 führt Klaas auch für die kleinste Volta-Baureihe das Max-Spread-Gutfluss-Konzept ein. Der Volta-45 mit 4 Kreiseln und einem Kreiseldurchmesser von 1,50 m hat eine Arbeitsbreite von 4,50 m. Der Volta-55 ebenfalls mit 4 Kreiseln und einem Kreiseldurchmesser von 1,70 m hat eine Arbeitsbreite von 5,20 m. Der Volta-65 mit 6 Kreiseln und einem Kreiseldurchmesser von 1,50 m hat eine Arbeitsbreite von 6,40 m. Alle drei Volto-Modelle wurden komplett überarbeitet und haben neben einem frischen Design auch viele neue technische Features, die dem Kunden die Arbeit erleichtern. Zudem sind alle drei Maschinen mit dem Max Spread Streukonzept ausgestattet, das sich die letzten fünf Jahre beim Kundeneinsatz erfolgreich bewährt hat. Somit hat Glas die komplette Volto-Bar-Reihe mit Max Spread ausgestattet. Das Besondere an Max Spread ist der um 29,3 Grad nach hinten angewinkelte Streuarm. Somit erhält man eine höhere Rechleistung, eine schonendere Futterdurchgabe und ein sauberes Streubild. Für den Landwirt erhöht sich die Durchgangsleistung und die Arbeitsqualität. Der Antrieb erfolgt bei allen drei Modellen über die Permalink Fingerkupplung. Diese ist verschleißarm und wartungsfrei und sorgt in allen Positionen für eine sichere Kraftübertragung. Die mechanischen Federn des Klaus-Kraftflusslenkers sorgen für einen sicheren Transport auf der Straße. Bei Arbeiten auf dem Feld wird so der mittige Nachlauf garantiert und auch ein Aufschaukeln am Hang wird zuverlässig verhindert. Der Zinkenarm ist aus robustem Rundrohr und durch einen zusätzlichen Stützring stabilisiert. Die Doppelzinken mit je fünf Windungen sind auf den Zinkenarm gesteckt und durch eine Schraube fixiert. Dies garantiert maximale Stabilität und Flexibilität. Im Falle eines Bruchs verhindert die Zinkenverlustsicherung zuverlässig das Wegfliegen der Zinken. Die gleichlangen Zinken sorgen für eine schichtweise Aufnahme des Futters. Dies garantiert eine gleichmäßige Belastung der Zinken sowie eine saubere Rechtqualität. Die großvolumige Bereifung schont den Boden und führt den Kreisel sicher über unebenes Gelände. Durch die werkzeuglose Verstellung der Laufradachsen kann der Streuwinkel der Maschine verändert werden. Die Schutzbügelhalter aus Glasfaser verstärktem Polyamid sind äußerst robust und langlebig, da sie auftretende Vibrationen der Maschine zuverlässig kompensieren. Optional können alle drei Modelle auch mit einem Tastrad, einem Nachtschwaggetriebe und einem Ersatzrad ausgestattet werden. Mit dem Volto 45, 55 und 65 bietet Glas dem Kunden auch im unteren Leistungssegment eine absolute Profimaschine. Das war's für heute.